Ich begrüße dich zum 33. Videoblog von Katzers Literatur-Crossover. Nachdem mein letzter Videoblog über Karl Valentin ein so durchschlagender Erfolg war, obwohl ich kaum etwas Literarisches über ihn gebracht habe, und ich bin doch schließlich hier im Literatur-Crossover unterwegs, hole ich das jetzt nach. Ich werde mir erlauben, einiges vorzulesen von Karl Valentin, aber nicht auf Bayerisch, das kann ich nicht. Und etwas gekürzt, weil es uns sprengt den Rahmen. Und zwar habe ich da ein ganzes Buch über ihn, sämtliche Werke von Karl Valentin. Und beginnen möchte ich mit der Liebesbrief. Lieber Geliebter, mit weinenden Händen nehme ich den Federhalter in meine Hände und schreibe dir. Warum hast du so lange nicht geschrieben? Wo du doch neulich geschrieben hast, dass du mir schreibst, wenn ich dir nicht schreibe. Mein Vater hat mir gestern auch geschrieben. Er schreibt, dass er dir geschrieben hätte. Du hast mir aber kein Wort davon geschrieben, dass er dir geschrieben hat. Hättest du mir ein Wort davon geschrieben, dass dir mein Vater geschrieben hat, so hätte ich meinem Vater geschrieben, dass du ihm schon schreiben hättest wollen. Hättest aber leider keine Zeit gehabt zum Schreiben, sonst hättest du ihm schon geschrieben. Und so weiter und so weiter. Das kürze jetzt auch, das geht nicht mehr so weiter. Ich schließe mein Schreiben und hoffe, dass du mir nun endlich einmal schreibst, sonst ist dies mein letztes Schreiben, welches ich dir geschrieben habe. Verzeih mir die schlechte Schrift, ich bekomme immer einen Schreibkrampf unterm Schreiben. Du bekommst natürlich nie einen Schreibkrampf, weil du nie schreibst. Ach, 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 wägt mich der jetzt auf, wo mir gerade so was Schönes geträumt hat. Ja, warum, was hat er denn geträumt? Ach, mir hat er jetzt geträumt, ich bin ein Anden in einem Weiher so umeinander geschwommen, auf einmal sehe ich am Ufer draußen einen Wurm, einen länglichen gelben Wurm, ungefähr 30 Zentimeter gelb, und gerade wie ich einen Schnabe aufreiß und will den Wurm backen, hast du mich da aufgeweckt. Ach, das ist aber schade. Ja, wenn ich da eine Ahnung gehabt hätte, dann hätte ich dir den Wurm zuerst noch fressen lassen. Aber das kann ich nicht schmecken, dass du gerade träumst. Ja, und ich kann da nicht zu dir sagen, lass mich schlafen, weil ich noch träume. Naja, jetzt ist er schon vorbei. Jetzt ist er gleich. Ein schöner Traum war es sowieso nicht. Für einen Anden schon. Für einen Anden war das sogar ein wunderbarer Traum. Und wenn es mir jetzt nicht glaubt, dann träumst du heute Nacht dasselbe. Und gerade wenn es in den Wurm reinbeißen, willst du, dann wecke dich auf. Jetzt kommt gleich der nächste Brief. Ein Brief aus Bad Aibling. Hochwohlgeborene Anni, liebe Ehefrau und Zuckerschneckerl. Liebe Frau, teile dir mit, dass ich in Bad Aibling gut angekommen bin. Bei der Ankunft stiegte ich aus dem selben Zug aus, in dem ich am Bahnhof zu München einstug. Und so weiter. Die Fahrt ging dann weiter. Auf einmal wurde es mir Not. Die Notkabine war aber besetzt. Deshalb zog ich die Notbremse und der Zug stund. Der Eisenbahnbesitzer stiegte zu mir in das Couplet und schrug mich auf wegen Notzug. Die Gesellschaft im Eisenbahnwagen war sehr gemischt. Es waren fast lauter Reisende. Nur der eine Herr, der in München den Zug versäumte, fuhr nicht mit. Da er wahrscheinlich mit dem nächsten Zug hinter uns nachkommt, in welchem wir auch gefahren wären, hätten wir den Zug auch versäumt. Ich schließe nun meinen Brief und hoffe, dass du mir in München treu bleibst. Wenigstens halb treu. Oder zumindest Viertel über zwei. Meine Uhr habe ich vergessen. Wir haben auch in unserem Schlafsaal keine Uhr. Wenn du mir wieder schreibst, schreib bitte in den Brief hinein, wie viel Uhr es ist. Ich weiß gar nicht, wie ich an der Zeit bin. Und zum Schluss der Weltuntergang. Gestern Nachmittag um 9 Uhr sitze ich im Restaurant zu der Faulten Blutorange, als der Fotograf am Rückgebäude das Fenster einhaut. Die lasse in der Angst einen Zitterlehrer kommen und der gemeine Kerl von einer Kellnerin behauptet, sich hätte im Eiskasten schon Feuer gemacht, während dem mein jüngster Sohn sich mit dem Magneteisen die Hühneraugen aus dem Ellbogen herauszieht. Leider aber hat sich der Bürgermeister im Finstern verlaufen, weil am Zeppelin-Luftschiff keine Hausnummer dort war und er lässt unglückseligerweise die Tür auf und im Zeitraum von fünf Minuten seinen 40 Mietesser auskämmern. Alles war vergeben und vergessen. Seine Frau hat ihre Krampfadern als Ringelnattern verkauft, die Köchin hat sich verlobt mit dem Papagei, der Hausherr hat sich mit den Hypotheken gurgelt und in der Maikäfer-Schachtel ist die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen. Wehe, wehe, sprach der Obernerer von der Gasanstalt, richtet nichts, sonst werdet ihr gerichtet. Da öffnen sich die Wolken und mit blinzelnden Augen treten 18 Backelträger hervor und verkünden das Ende der Welt. Links und rechts stehen je vier goldene Jungfrauen mit Semmelbröseln bepackt und halten ein vernickeltes Butterbrot in der Hand. Die Luft zitterte wie Schweinesulz, die Erde wühlte sich auf, die Besufe speiten Honig und Sauerkraut, Nacht- und Tageulen, Junikäfern und Lämmergeier schwirrten gespensterhaft auf den Fußboden umher, panikartig zerplatzte ein alter Leberkäs. Und am Ende des Vortrags trat plötzlich der Schluss ein.